So, und jetzt kommt Teil 2, und wie immer möchte ich den Hinweis geben, dieser Inhalt kann triggern, also überleg dir, ob du den Inhalt sehen möchtest, wenn nicht, dann schalte bitte jetzt weg, ansonsten wünsche ich dir viel Spaß mit Teil 2, Luca fragt Tyler. Okay. Okay. Hast du dich nicht komisch gefühlt bei dir im Wartezimmer? Ich meine, das ist ja auch nochmal eine Herausforderung, finde ich. Ich hatte wirklich Glück, die Praxis geht mit Transmännern sehr sensibel um. Ah, okay. Ich habe bis jetzt immer noch nicht meine Vornamens- und Personenstandsänderung, aber alle Ärzte sind wirklich so sensibel, die rufen mich immer mit her. Sehr cool. Und die Patienten dort, die sind auch wirklich sehr offen und die bewerten auch gar nicht. Also die sind, glaube ich, viel mehr mit ihrem eigenen Problem dort beschäftigt, wenn sie dort sind, als um sich um die anderen Leute halt zu kümmern. Finde ich mega gut. Sehr gut. Bleib da auf jeden Fall dran und es geht schneller, als du denkst. Also ich muss sagen, bei mir hat es auch 2018 angefangen, aber manche Sachen sind nachher so, da weißt du gar nicht mehr, boah, das ist ja schon so lange her. Ja, also klar, ich meine, du bist ja jetzt auch schon eine Weile auf Testo, da weißt du auch, wenn du dich jetzt an den, sag mal, um die zweite Spritze erinnerst, das ist jetzt auch schon eine Weile her, ne? Genau. Ja, gibt es oder gab es Augenblicke, an denen du gezweifelt hast, dass du sagst, da bist du nochmal einen Schritt zurückgegangen? Also beim ersten Anlauf, also ich weiß, seitdem ich 17 oder 18 bin, dass ich trans bin, weil ich halt bei Stern TV eine Reportage gesehen habe und da ist es mir halt wie Schuppen von den Augen gefallen so und ich war dann halt bei meinem Kinder- und Jugendtherapeut, der hat die Diagnose auch gesichert und hat mich auch weiter überwiesen. Ich war aber zu dem Zeitpunkt sehr leicht beeinflussbar und habe mich von meiner damaligen Partnerin halt sehr beeinflussen lassen und habe dann erstmal die Therapie abgebrochen, weil sie mir halt eingeredet hat. Ich bin eine Frau und ja, halt solche Sachen und dadurch, weil ich sie auch nicht verlieren wollte, was vielleicht ein bisschen naiv war im jungen Alter, habe ich dann einfach die komplette Behandlung erstmal abgebrochen. Aber tief in mir drin wusste ich, du bist ein Mann und da wird sich auch nichts dran ändern. Ich habe mich halt einfach nur verstellt wegen der Liebe. Würde ich zum Beispiel heute auf gar keinen Fall mehr machen. Ja, aber ganz ehrlich, ich meine, du bist jetzt vielleicht zwei Jahre, drei Jahre jünger als ich und jeder kommt irgendwann in unser Alter und wird irgendwas gehabt haben, wo, ich kann es wirklich jedem, der solche Erfahrungen nicht macht. Aber es gibt einfach Dinge, die macht man halt einfach mit 30 oder mit 27 nochmal anders, wie wenn man 18 ist, ne? Genau. Aber Respekt, also wirklich, dass du, ich meine, da gehört auch echt viel Kraft dazu, den Weg nochmal zu gehen, eine Therapeutin nochmal zu suchen, nochmal. Ich meine, ich meine, bei dir waren es ja jetzt, habe ich schon rausgehört, zwei Rückschläge schon mal. Du hast ja einmal das mit der Testospritze gehabt und da davor hast du das mit der Therapie gehabt, die du dann abgebrochen hast. Ja, weil ich glaube kaum, nachdem du die Therapie gemacht hast und dann die zweite Therapie, musstest du ja einfach nochmal von vorne anfangen. Das sind ja nochmal Jahre vergangen, ne? Ja, das stimmt. Ja, es gab ja halt auch einen Grund, warum ich dann nochmal angefangen habe, was mich so ein bisschen wachgerüttelt hat. Vor drei Jahren hatte ich halt einen Suizidversuch, wo ich wirklich ganz knapp nur von Messerschneider am Tod vorbeigerauscht bin. Und ich wusste ganz genau, als ich die Augen aufgemacht habe, im Krankenhaus aufgewacht bin, und der erste Gedanke war, wenn du es jetzt nicht machst, den nächsten Suizidversuch überlebst oder den danach, dann ist es vorbei. Und von da an wusste ich, jetzt oder nie. Also das war so ein bisschen Wachhutel, ne? Also ich verstehe da schon viele, die da mit dem Gedanken Suizid und wie oute ich mich und so, also das ist schon... Also das unterschätzen halt auch viele, ne? Die denken, wir Transmänner haben es doch leichter als gedacht, ja. Ich bin auf jeden Fall froh, dass du hier bist, dass wir ein Interview führen können. Und ja, es war sicherlich ein harter Rückschlag. Dennoch, hättest du diesen Rückschlag nicht gehabt, wärst du heute vielleicht woanders. Also nicht, dass du nicht leben würdest oder sonstiges, sondern von der Einstellung her wärst du vielleicht woanders. Genau. Ja. Aber interessant, sehr interessant. Gab es bei dir eine Phase, bei der du nicht wusstest, welche Toilette du benutzen sollst? Ja, definitiv ganz zu Anfang. Also ich war immer hin und her geressen und auch wenn wir irgendwie unterwegs waren, also da war ja noch, da konnten wir ja noch Feiern gehen und so, ne? Und da war dann halt schon immer, kennst du das ja selber, wenn man sehr männlich aussieht auf der Frauentoilette, oh, ist ja aber falsch und so, ne? Und dann war das einmal im Einkaufszentrum, da ist ja wirklich, wenn da Black Friday ist oder so, immer so eine Riesenschlange bei den Frauentoiletten im Einkaufszentrum und dann hab ich mir jetzt gedacht, so, du stellst dich da jetzt nicht eine Stunde an, du gehst jetzt einfach auf die Männertoilette und guckst, wie es läuft und es ist nichts passiert. Also die Männer bewerten einfach nicht, ne? Die wollen einfach nur auf Toilette gehen und gehen wieder raus, ne? Da machen sich dann Frauen doch mehr Gedanken als Männer und von da bin ich auch weiterhin auf die Männertoilette gegangen, also man muss sich einfach trauen, denke ich, sonst geht's nicht. Als du das erste Mal reingegangen bist, wo war da dein Blick? Auf den Boden, oder? Einfach nur schnell rein und wieder raus, oder? Nein, weil ich hab mir so gedacht, wenn du auf den Boden guckst, dann fällst du vielleicht auf und ich bin wirklich sehr aufrecht und hab versucht, sehr selbstbewusst zu wirken und bin einfach da rein und dann in die Kabine und da musste ich erst mal laut ausatmen. Dann dachte ich mir, boah, jetzt hast du das Schwerste geschafft, so, ne? Okay, sehr interessant. Okay, ja, wie hat dein Umfeld reagiert? Vielleicht kannst du da ja auch was dazu sagen. Ich meine, du hast dich ja dann quasi zweimal geoutet, oder? Genau, ich bin dann zu meiner Mutter hin als erstes und hab ihr dann immer gesagt, so, Mama, ich fühle mich wirklich als Mann. Das war keine Einbildung, wie damals von meiner Ex-Partnerin gesagt. Und dieses Gefühl hört einfach nicht auf, ich möchte diesen Weg gehen. Ich habe schon einen Termin gemacht und alles. Und dann sagt meine Mutter nur, jo, ob ich jetzt einen Sohn oder eine Tochter habe, das ist mir im Prinzip egal. Mein Kind bleibt mein Kind und ich will, dass du glücklich bist. Und da ist mir dann halt schon ein Stein vom Herzen gefallen. Was sagen meine Freunde? Meine Freunde haben alle ganz cool reagiert. Die haben gesagt, jo, erinnert sich ja nichts. Erinnert sich ja nur dein Name und dass du dann äußerlich dann mehr zu dem wirst. Und die haben das alle ganz locker gesehen. Die haben eigentlich alle nur darauf gewartet, sag ich mal. Sehr cool. Ja, manchmal spürt man das auch. Ich meine, gerade bei guten Freunden, da ist das auch keine Frage. Ja, was ist heute anders als damals? So viel. Also ich bin eigentlich auch im Leben angekommen. Nicht nur bei mir selbst, sondern ich weiß, wo ich stehe. Ich weiß, was meine Stärken sind. Das wusste ich vorher zum Beispiel nicht. Ich bin einfach ziemlich gelassen und entspannt. Dadurch bei Frauen kreisen ja die Gedanken und man macht sich über alles mögliche Gedanken. Und es ist einfach, also ich kann es mir besser eigentlich nicht vorstellen. Also das ist wirklich das Beste, was einem passieren kann. Ja, Tyler, wir haben einiges jetzt gehört von dir. Also ein sehr interessantes Video, muss ich echt sagen. Oder Interview eben. Dadurch, dass wir jetzt einige Rückschläge auch gehört haben und dass es nicht so einfach bei dir war, bin ich echt gespannt, was dein Tipp ist an jemanden, der gerade am Anfang von dem Weg steht. Ja, das letzte Wort gehört dir. Ich würde sagen, einfach weitermachen, einfach dran glauben und weitermachen. Also, weil du kommst irgendwann an. Meine Lehrerin hat damals gesagt, über Umwege kommt man manchmal besser zum Ziel, als wenn man gerade ausgeht. Weil die Erfahrung dann einfach mehr ist. Also, einfach weitermachen, einfach dran glauben. Ja, mehr kann ich eigentlich keinem auf den Weg geben. Der Satz, der deine Lehrerin gesagt hat, trägt hoffentlich jetzt einige von den Zuschauern. Und Tyler, ich bedanke mich, dass du dich bei mir gemeldet hast. Ja, es war ein sehr hilfreiches Video, bin ich ganz fest überzeugt davon. Und ja, ich würde sagen, wenn jetzt irgendwelche Fragen auftauchen, Tyler, ich verlinke natürlich deinen Instagram-Account. Dann können die Leute sich auch direkt an dich wenden. Oder halt eben hier unten in die Kommentare. Und Tyler und ich werden euch auf jeden Fall die Fragen beantworten. Und ansonsten würde ich sagen, seid mutig. Dankeschön, Tyler. Vielen Dank. Macht's gut. Ja, danke dir auch. Zunächst mal vielen Dank, dass du das Interview bis hierhin angeschaut hast. Weil du bist was Besonderes. Weil nicht alle schauen sich das komplette Video an. Und jetzt hätte ich eine Bitte an dich. Wenn du irgendjemanden kennst, wo du sagst, den sollte Luca auf jeden Fall interviewen, dann schreib das gerne unten in die Kommentare rein. Am besten gleich den Instagram-Name. Dann kann ich den einfach eintippen und die Person natürlich anschreiben. Oder du sagst zu dieser Person, hey, schau mal, möchtest du nicht ein Interview machen? Dann soll sich diese Person direkt bei mir melden. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten, sei mutig und bis zum nächsten Interview. Ich würde mich auf jeden Fall sagen. Tschüss.